Ringfrei Runde 1 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aufstecker! Entschuldigung! André Stoyker vom Frankfurter CSC in der Roten Ecke bestritt bisher 45 Kämpfe, den er 30 gewinnen konnte. Bei den deutschen Meisterschaften der Elite Männer 2010 und 2011 belegte er jeweils den zweiten Platz in der Roten Ecke vom CSC Frankfurt. André Stoyker. Rund 2, Runde 2. Motorladdernextion Rund 2, Rund 2, Rund 3, Rund Dodge Boit. Ja, das ist gut. Vielen Dank. 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 Das Ergebnis Siege